Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern, unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unseren Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at denn dera.susannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020